Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Wir waren nämlich wieder fleißig und haben die letzten zwei Wochen wieder ein bisschen Gold gefarmt und auch das ein oder andere ausgegeben, sogar relativ viel ausgegeben. Das will ich euch dann gleich nochmal in meiner Tabelle zeigen, die wir uns ja immer zum Start angucken. Und zwar waren wir letzte Woche overall bei knappen 8 Millionen Gold, nachdem wir in den letzten Wochen doch einiges ausgegeben hatten. Ich habe jetzt letzte Woche knappe, also eine knappe Million etwa ausgegeben, 984.000. Hauptsächlich wegen, oder eigentlich fast nur wegen Transmog, wir haben uns viele teure Sachen gekauft. Ihr wisst, ich bin gerade dabei, all the things ein wenig zu kompletisieren, vor allem im Transmog-Bereich. Und da sind jetzt noch die ein oder anderen teuren Sachen dabei gewesen. Genau, heißt das rechnen wir schon mal raus, dass wir auch schon schön sehen, was wir jetzt wirklich an Gold gemacht haben, unabhängig davon, was wir an Transmog-Kosten gewastet haben. Übrigens, ich habe auch eine andere Serie, die heißt Waste of Money, World of Warcraft Edition. Da zeige ich dann, was ich gekauft habe, falls euch das interessieren sollte. Gut, heißt wir sind jetzt dann nur noch bei knappen 7 Millionen Start Budget und da ging auch einiges weg, denn ich hatte die letzte Woche Urlaub und habe sehr, sehr viel geschuffelt. Was bedeutet geschuffelt? Ich verkaufe ja auch sehr viele, ja, sehr viele verschiedene Items im Auktionshaus mit verschiedenen Berufen, wo man Expulsum braucht und dafür, um das Expulsum zu kriegen, muss man halt schuffeln. Heißt, man kauft sich zum Beispiel Stoff, wandelt in Handgelenke um und dann dementsprechend wieder zu Expulsum werden die dann klein geschreddert. Oder wenn man Glück hat, kriegt man Expulsum. Genau, und da haben wir, ich weiß nicht wie viel Expulsum ich geschuffelt habe, ein paar tausend auf verschiedenen Charts zusammengenommen. Ich habe bestimmt eine halbe Million Stoff gekauft. Ja, also hunderttausende Stoff habe ich gekauft auf verschiedensten Servern. Dafür haben wir jetzt wieder relativ viel Expulsum. Zum Beispiel habe ich ja auch beim Main nochmal geschuffelt gehabt, da hatte ich ja gar nichts mehr. Jetzt haben wir hier auf dem Main 1185 Expulsum und auf vielen anderen Charts noch einiges drauf. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir als erstes auf den Main-Charakter. Da haben wir jetzt auf einem Druid 2,3 Millionen bzw. auf einem Account 2,6. Das kommt hauptsächlich über das Boosten zustande. Und ja, also da haben wir jetzt nicht in Riesensprünge gemacht, aber immerhin, was sind es denn? 600k durch Boosten, ist jetzt nicht so verkehrt. Ich habe ein paar Visions geboostet, PvP-Inseln, 1, 2 und was habe ich sonst noch geboostet? Ich glaube nicht sonderlich viel, also Boosting ist bei mir jetzt nicht mehr so groß im Chorus, aber doch, ein Bienen-Mount habe ich auch noch verkauft, genau. Und zusätzlich haben wir natürlich auch ein bisschen was in Mahat vertickt. Warte, dann ziehe ich euch das mal hoch, dass ihr seht. Mit dem bin ich ja auf Antonidas sowohl Schmiede-Items als auch Leder-Items am Verkaufen. 128 Verkäufe haben wir getätigt. Da würde ich sagen, holen wir mal das ganze Gold raus, was wir da drin haben. Ich sehe gerade, hier haben wir eine Waffe für 8.000 verkauft. Dann, ah, ich habe auch ein paar Dunkelmund-Durchmäule verkauft. Ich habe ein bisschen geangelt. Nicht, um damit Gold zu machen, sondern ich wollte einen Transmorkuder angeln. Und da habe ich x Stunden lang geangelt. Und, ja, dann waren halt diese Dunkelmund-Durchmäule quasi Abfallprodukt. Und was machen wir mit den Abfallprodukten? Die hauen wir natürlich auch ins Auktionshaus rein. Bringt alles Gold quasi in die Tasche. Und sagt, die mir kommen, die verkaufst du auch nicht. Da müssten, glaube ich, auch noch ein paar mehr dabei sein. Die kann man nämlich brauchen, weil durch diese Dunkelmund-Durchmäule kann man wiederum... Oh, ich sehe gerade zwei Säbel für fast 10k verkauft. Das ist richtig dicke. Das ist richtig dicke. Sehr schön. Die kann man dann wieder umtauschen zu so einem Trunk, wo man schneller zum Beispiel Kräuter abbauen kann. Und die Leute, die jetzt Kräuter und Erze farmen, Dunkelmond, Feuerwasser heißt es, glaube ich. Da macht es tatsächlich Sinn, wenn man das hat. Gut, overall haben wir da jetzt auch nochmal... Warte mal, haben wir jetzt da 400k rausgeholt? War da so viel Gold drin? Oder hatte ich davor schon... Ah, nee, ich habe davor ja was geboostet. Deswegen, ich glaube, davor habe ich einen Boost für 25k gemacht an einen für 100k. Gut, also wir haben jetzt ein bisschen über 200k auf jeden Fall über den Beruf rausgeholt. Genau kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht ausgelockt hatte. Das war jetzt schon mal gar nicht schlecht. Dann können wir schon mal eintragen, was wir mit dem Char gemacht haben. Jetzt sind wir hier bei 2.922.000. 1.922.000. Ah, das ist ein gutes Plus von einer Million. Da kann ich jetzt nicht klagen. Klar, wir hatten, wie gesagt, Wochen, da haben wir ja x Millionen gemacht. Aber im Moment fahre ich ja goldtechnisch eine relativ niedrige Schiene. Ach so, ich muss ja hier die Wochen jetzt nochmal abändern, weil das passt jetzt alles nicht mehr. Ja gut, das mache ich mal später. Das tun wir mal alles raus. Das muss ich mal später noch editieren, dass das von den Wochen richtig passt. Aber ist jetzt okay für das, dass wir nicht mehr großartig am Goldfarmen sind, sondern das eher so nebenbei betreiben. Und jetzt gucken wir mal auf den Zweitaccount noch. Und zwar, hier ist mein Zweitaccount. Was hat der jetzt? Overall, der müsste richtig Minus gemacht haben. Jetzt gucken wir am Anfang einmal rein. Wir sind jetzt bei 4,527. Das tragen wir jetzt mal irgendwo hier am Rande ein. 4,527 hatten wir gesagt. Und wir waren hier bei 6,2. Ihr müsst sehen, eine Million haben wir etwa ausgegeben für Transmog. Und dann gingen jetzt hier nochmal so 700.000 Gold in etwa Pi mal Daumen. Minus. Wo kommen diese 700.000 her? Warum haben wir diese Minus gemacht? Wie gesagt, ich habe geschaffelt und da ging wirklich einiges raus. Also ich habe, ja, keine Ahnung. Also es waren wirklich, ich glaube so 500.000 Stoff könnte schon hinkommen. So war es Pi mal Daumen, das wir gekauft haben auf, wie gesagt, 4 verschiedenen Servern. Ich bin ja breit aufgestellt. Aber da ging einiges raus. Und ich gucke mal, ob wir das wieder reinholen über die Verkäufe, die wir auch getätigt haben. Gut, der erste Chart, den wir haben, ist auf Antonidas hier. Und zwar ist das mein Crapture, wo ich halt alles Mögliche verkaufe. Ihr seht schon, hier sind wirklich die billigsten Sachen. Irgendwelche Sturmrochen, irgendwelche gefrorenen Kugeln. Irgendein Transmog ist auch dabei. Hier haben wir irgendeine Klaue verkauft. Ich weiß gar nicht, was das alles so ein Zeug ist. Aber alles, was ich quasi ansammle, mit, ja, meinen Chars hier auf Antonidas, schicke ich auf den. Und da mein Mania hier auf dem Server ist und ich mit dem ja Transmog am Farmen bin, hauptsächlich sammle ich da doch relativ viel so Stuff an. Und ja, das summiert sich so über die Zeit. Also ich habe ja jetzt letztens relativ viel ausgegeben, weil ich mir einige TCG-Mounts gekauft habe. Deswegen waren wir bei dem Char auch mal teilweise bei Null. Aber ich glaube, durch die Crapsachen habe ich auch schon 1 bis 2 Millionen Gold gemacht. Einfach so nebenher, wo man auch sich denkt, okay, das haue ich jetzt vielleicht beim Händler weg, weil es halt irgendein Loading ist. Egal, einfach alles hier auf dem Twink. Hier haben wir anscheinend auch irgendein Pad verkauft. So ein Laura für 17.000. Das ist dann doch mal ein bisschen eine teure Crap-Geschichte. Ab und an habe ich auch Transmog. Also ich hatte hier schon mit dem Crapscha Transmog-Sachen, die ich mal für 50, 60, 70, 80.000 verkauft habe. Das ist natürlich eine Geschichte, die kommt nicht relativ oft vor. Das verkaufst du vielleicht alle paar Wochen, alle paar Monate mal, ein teures Transmog. Aber wenn du es verkaufst, ist es halt ganz nett. Bevor du es beim Händler für wenige Silber abgibst, ist es dann doch die bessere Entscheidung. So, das löschen wir mal. Das haben wir jetzt hier gemacht. Immerhin 50k, kann man sich jetzt nicht unbedingt beschweren. Ich würde sagen, locken wir gleich mal weiter. So, nächster Char. Und zwar haben wir jetzt auf Antonidas meinen Schneider und VZ-Char. Und was haben wir da so drin? Uh, warte mal, warum habe ich so viel verkauft? Ah, okay. Weil Schneider und, ähm... Also Schneider bringt eigentlich kaum was in Gold ein, ja? Ihr seht, hier habe ich mal einen Zauberstab verkauft, noch einen Zauberstab, paar Tücher. Ist da überhaupt ein Schneider-Item darin? Doch, hier. Also ich habe irgendwie drei Schneider-Sachen verkauft. Also einen Umhang. Ich frage mich immer noch, wer Umhänge im Moment kauft. Aber es gibt Leute. Und das Allermeiste, seht ihr, da haben wir 1500 von den Splittern verkauft. Hier 200 Epic-Splitter, 357 Epic-Splitter, Staub, nochmal 1000 Staub, nochmal 1400 Splitter. Das kommt zustande, weil wenn ich shuffle, kriege ich nicht nur grüne Handgelenke raus, sondern auch blaue Handgelenke. Und diese blauen Handgelenke, die diss ich. Vor allem kriege ich hier mit dem Ding noch mehr Mats raus. Und da seht ihr, ich habe da tausende von VZ-Mats. Und diese 113.000 Gold sind eigentlich weniger durch das Craften, sondern einfach nur dadurch, dass ich halt die VZ-Mats verkaufe. Und da kommst du halt auch auf ein bisschen Gold. Deswegen, wenn ihr Expulsum shuffelt im größeren Stil, die blauen Sachen am besten entzaubern, da kriegt man auch noch ein bisschen Gold zusammen. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. 113.000 kann ich jetzt nicht motzen. Dann haben wir das nächste Mal einen Injicha auf Antinidas. Und der hat, ja, solide 60k drin. Dafür, dass ich mit dem eigentlich nur Flinten und Streitkolben verkaufe, also zwei Items tatsächlich nur, ist es ganz okay. Die Preise waren da auch schon mal höher, aber, ja, wir machen mit jedem ein bisschen Gewinn. Da kannst du jetzt nicht motzen. Sind immerhin 60k gewesen. Dann haben wir noch den letzten Schar hier auf Antinidas. Und zwar meinen Inschriftenkundetschar. Der hat zwar noch Alchi, aber Alchi nutze ich eigentlich nicht. Hier habe ich einen Haufen Compendiums geprestockt. Ihr seht schon, ich habe im Auktionshaus noch irgendwie 14 Stück von den Dingern drin. Und hier in meiner Tasche auch nochmal 12. Also ich habe richtig viele Compendien vorhergestellt. Und 50k haben wir hier auch drin. Das ist okay. Also heißt, auch hier ist einiges von diesen 700k Differenz, die wir ja haben, die wir an Matz quasi investiert haben, ist halt auch in solchen Matz gelagert. Auch bei den anderen Berufen kaufe ich dann die Erze, das Leder, um das Zeug herstellen zu können. Und hier haben wir halt die, ja, die Tinten gekauft. Beziehungsweise meistens kaufe ich halt direkt die Kräuter und wandle die halt in die Tinten um und bastle dann das Zeug. Dann sind wir jetzt einmal auf die Horde geswitcht. Und zwar auf meinen VZ und Injicha hier auf Blackmore. Und was haben wir da so im Postkasten? Hier haben wir auch anscheinend einigen Mist vertickt. Ach, ich habe, seht ihr, hier sind auch ein paar Pads dabei. Ich habe angefangen, die Pads, die ich auf Antonidas zu viel hatte, die ich einfach nicht mehr verkaufen konnte und mir den Postkasten verstopft haben, hier auf den anderen Servern zu verkaufen. Hier seht ihr, das sind die Pads aus den Visions, die du nachgeschmissen kriegst. Teilweise für unteren Gold verkauft, aber zumindest noch ein bisschen was gekriegt. Auch mit dem haben wir ein bisschen Gold über Zauberstäbe gemacht, über diese Inji-Waffen. Ja, jetzt nichts Großartiges, aber, ja gut, es sind immerhin 135k. Kann man jetzt nicht motzen. Was haben wir denn da noch verkauft? Irgendeinen Transmog habe ich anscheinend auch noch an den Mann gebracht. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und auch hier sind ein paar Kristalle dabei, seht ihr ja diese Epix-Kristalle. Dann natürlich auch die blauen VZ-Muds, gibt es auch hier ein bisschen was, 1300. Das Problem ist, durch dieses ganze Geschaffel, schätze ich mal, sind halt auch die Preise von den VZ-Muds recht gut in den Keller gegangen auf den meisten Servern. Wenn wir jetzt hier drüber fahren, 8 Gold kriegst du für so einen Splitter noch und vor einer Weile waren das halt noch über 50, was du für einen bekommen hast. Also das ist schon richtig, richtig gut runtergegangen. So, nächsten Char. Wir haben jetzt einmal hier, wie man unschwer erkennen kann, meinen Schneider-Char und Inschriftenkunde auf Blackmore. Und was haben wir da drin? Och ja, 141k. Ein paar Companion haben wir verkauft. Ein paar Umhänge. Schau mal, diese Umhänge, ne? Es gibt ja jetzt einen Legendary-Umhang. Die Leute kaufen trotzdem die Umhänge. Richtig lustig. Also die gehen tatsächlich gut weg. Man mag es nicht meinen, dass man das Zeug verkauft bekommt. Aber es geht weg. Also auch hier sind jetzt die Durchschnittspreise nicht mehr so hoch. Aber man sieht hier teilweise 2.000 irgendwas für ein Item. Die Zeiten waren schon schlechter. Mittlerweile muss ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass du noch die krassen Gewinnspannen hast. Aber es war schon ein tieferes Tief quasi. Langsam geht es wieder so ein bisschen hoch mit den Preisen. Merke ich. Wahrscheinlich sind viele aus dem Markt ausgestiegen. Gut, 141k waren das jetzt hier. So, da leid. Dann sind wir auf dem letzten Char, auf Blackmore. Und zwar mein Schmied- und Lederchar. Und dann gucken wir mal, was wir drin haben. Ach ja. 83 Verkäufe haben wir. 182.000. Das nehmen wir mal aus dem Postkasten raus. Aber auch hier ist jetzt der Durchschnitt eher so mäßig. Vielleicht so 2k im Schnitt. Die meisten sagen so über 2k. Ein paar unter. Dann haben wir hier mal was für 5. Mal was für 4k dabei. Mal was für 6 war da auch gerade. Ist in Ordnung. Aber hat es schon höhere Gewinne. Aber wenn es über 150k ist, ist okay. Kann man nicht motzen. Auf Blackmore war übrigens einer der Server, wo ich relativ viel für Transmog ausgegeben habe. Ich glaube, alleine hier auf dem Server irgendwie über 400.000. Muss ich sagen, ist ganz okay. Wir liegen trotzdem noch über eine Million hier auf Blackmore. Da kannst du nicht motzen. Da kannst du nicht motzen. Ich glaube, bei dem einen Twink habe ich alles ausgegeben. Deswegen hat der nur noch 100k. Gut. Das waren jetzt 182.000 nochmal drauf. So. Nächster Server. Und zwar bin ich jetzt auf meinem DH hier auf Equin. Und der hat einmal Schneider und VZ. Und auch hier wird wahrscheinlich das meiste tatsächlich wieder die VZ-Sachen sein, die wir verkauft haben. Wobei geht. Wir haben hier auch einige Schneider-Items zwischendrin. Es waren ein paar Zauberstäbe, aber hier Stiefel, Hosen, nochmal Hosen. Also es geht. Und natürlich auch hier ein bisschen Staub, ein bisschen Splitter mal verkauft. 58k. Naja. Ist nicht der große Wurf. Bin ich ganz ehrlich. Da gibt es tatsächlich andere Berufe, wo man mehr rauszieht. Aber besser ist nichts. Dann haben wir den nächsten Schar auf Equin. Und zwar, das ist jetzt einmal mein Schmied- und Lederchar. Und ihr seht schon hier, der hat das Zeug auch im Inventar, das Expulsum. Die anderen Schars haben es teilweise auf der Bank im Materiallager, dass ich mehr Platz habe. Aber ich habe schon viel geschaffelt. Oh, und das hat sich bei dem ausgezahlt. Seht ihr? Wir haben 267.000 im Briefkasten. Hier haben wir sogar mal Plattenstiefel für 11k gekauft. Herstellkosten wahrscheinlich 700 Gold. Alles klar. Also hier vor allem die ersten Sachen, die ich vertickt habe. Da sind teilweise recht gut was dabei gewesen. Mal 8.000, mal 6.000, 4.000. Also da sind ab und an schon größere Beträge drauf. Da sind wir wahrscheinlich im Schnitt eher so bei 2.000 bis 3.000. Gar nicht schlecht. Also Equin von den Preisen noch einen Ticken besser als die anderen Server tatsächlich. Gut, das nehmen wir mal alles raus. Das ist natürlich ein ordentlicher Betrag an Gold, die wir Plus machen können. Vor allem wir müssen ja diese 700.000 wieder reinholen. Wobei, selbst wenn wir sie nicht reinholen, das Expulsum, was ich geschuffelt habe, teilweise über 1.000 bei verschiedenen Chars, müsste mir, wenn ich jetzt so weiter die Verkäufe habe, eigentlich noch bis Shadowlands reichen. Oder zumindest bis zum Pre-Patch müsste es mir reichen. Und dann muss man eh nochmal eruieren. Lohnt es sich überhaupt noch großartig, die Sachen zu verkaufen? Wird das überhaupt noch aufgekauft? Oder, ja, macht man es weiter oder halt dementsprechend auch nicht? Gut, dann haben wir den letzten Char. Und zwar haben wir mit dem Inji und Inschriftenkunde. Und was haben wir da so im Postkasten? Naja, geschmeidige 62k. Nix übertriebenes. Haben wir auch nicht so viel verkauft tatsächlich hier, ne? Char D. Gut, nehmen wir das noch raus. Und damit sind wir auf Equin auch fertig. Equin geht langsam hoch, ne? Wir kommen an die 2.000.000 ran. Mal gucken. Als nächstes kommen wir zu meinen Horden-Chars hier auf Erida. Und zwar als allererstes haben wir hier meinen VZ und Schneider. Wie auf den meisten Servern gleich der erste Char. Und was haben wir hier? Knappe 50k. Ja, okay. Was haben wir? Irgendwas Außergewöhnliches drin? Ne. Auch hier habe ich jetzt ein paar Pads drin. Wir sehen zwischendrin so ein paar irgendwelche Mikrobots und so, die ich da noch loswerden wollte. Ich habe teilweise mittlerweile auf Antonea so viele Pads angehäuft, die ich da halt einfach nicht verkauft kriege, dass ich die jetzt ein bisschen gestreut habe auf die ganzen Server, dass ich sie einfach los habe, dass der Postkast nicht so verstopft ist. Wenn ich die jetzt nicht verkauft hätte, hätte ich sie weggeschmissen, ne? Weil manche sind halt wirklich so Low-Budget-Pads und Hauptsache weg damit. Das kostet mich dann bloß Zeit quasi, die in zur H zu stellen. Dann haben wir den zweiten Char hier auf Ereda. Oh, mit dem sehe ich gerade, habe ich nur ein ganz Inventar voll mit irgendwelchen Crap-Items. Oh, da können wir jetzt auch richtig Gold machen. Ich bin ja gerade auch nicht nur mit Main am Transmog farmen, sondern halt auch, wie ihr hier seht, mit dem einen oder anderen Twink, weil es halt auch ein Druid ist, ne? Und ja. Über das macht man auch ein bisschen Gold tatsächlich. Also auch diese ganzen Items, ne? Das war ich anscheinend gerade mit dem Thron des Donners noch und war zu faul, danach die ganzen Items zu verkaufen. Es ist jetzt nicht viel, aber ein bisschen was kommt schon rein. Also wenn wir das jetzt hier alles loswerden, Ich denke mal, so knappe 1000 Gold, vielleicht 1100, 2000, wenn es ganz gut läuft, kriegt man schon durch so ein Stuff zusammen. Gut, der war jetzt das Inventar nicht komplett voll. Schaue ich gerade. Die haben wir auch noch weg. Die Sachen kann ich umwandeln. Dann kriege ich vielleicht noch irgendeinen 2-Transmog. Machen wir das mal. Was haben wir hier eingestellt mit dem? Wildheit. Na gut, Wildheit bringt anscheinend nichts. Stellen wir mal Gleichgewicht ein. Okay, das hatte ich schon alles. Ein Versuch war es wert. So, sollen wir mal gucken, was wir dadurch jetzt gemacht haben. Naja, seht ihr? 1950 Gold, fast 2000 Gold. Also ist jetzt nicht krass viel, aber ein bisschen was kommt schon rum. Okay, jetzt gucken wir aber das, was wirklich interessant ist. Und zwar das, was im Postkasten ist. 1000, ach schau mal, damit, also 198.000, ne? Heißt, mit den 2k haben wir die 200k zusammen hier. Das ist übrigens mein Schaar, der Schmied und Lederer hat. Mit dem mache ich, ähm, ja, Tradition, ähm, also quasi schon immer traditionsgemäß das meiste Gold, ja. Da gehen halt einfach die meisten Items raus. Vor allem bei Schmied mit den Waffen, da kriegt man eigentlich immer was los. Weil die meisten, ähm, anderen Items kannst du ja über diese, äh, Account-Sachen schicken, ne? Aber, äh, Trinkets gehen nicht und Ringe, beziehungsweise Waffen halt auch nicht. Und der Umhang, ne, ist halt auch nochmal so eine Geschichte. Aber normalerweise, wenn man den Char aktiv spielt, holt man sich ja den Umhang von, ähm, Raffaeon. Gut, 200k, ziemlich glatt haben wir hier. Und dann fehlt uns jetzt nur noch ein einziger Char. Da locken wir jetzt auch noch hin. Gut, jetzt haben wir es dann geschafft. Letzter Char noch hier am Start. Und zwar haben wir mit diesem Char einmal Inji und Inschriftenkunde. Und ihr seht auch hier, ich habe auch einen Haufen von den, ähm, Tinten vorbereitet, ne? Teilweise habe ich auch richtig viel auf der Bank liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Char auch, ne, mit dem Char, ja gut, hier sind auch noch ein paar Sachen, die ich noch umwandeln muss. Aber auch das, äh, sind Investitionen, wo jetzt diese 700k, die ich vorhin, ähm, als Differenz benannt habe, reinfließen, ne? Also nicht nur das Expulsum, was geschaffen wird, auch teilweise Matts, die ich halt kaufe, ne? Ob das jetzt Tränke sind oder ob das jetzt Erze und Kräuter, beziehungsweise, ähm, Leder ist. Da ist halt vieles mit dabei. Gut, das waren jetzt nochmal 58k. Ja, jetzt gucken wir zum Abschluss noch, auf wie viel wir jetzt sind. Wir sind jetzt bei 5, ne, sind das alle? Ja, muss immer gucken. Manchmal habe ich Sachen ausgeblendet, weil ich auch was suche. Äh, beide Faktoren, genau. 5.971.000, wenn ihr jetzt seht, äh, wir waren quasi bei 400, 450k und jetzt sind wir auf, wir haben jetzt fast 1,5 Millionen Gold aus dem Briefkasten geholt quasi, ne? Ne, also das ist schon mal einiges. Und 700k waren ja die Differenz, die wir hier hatten, ne? Ja, also knappe 700k Differenz, was wir investiert haben. Und dann waren es ja noch eine Million, die wir, die nichts damit zu tun haben, die wir ausgegeben haben, die quasi Transmog sind. Äh, obwohl ich jetzt eine Million Gold Transmog ausgegeben habe und nochmal wahrscheinlich 700k an Investitionen getätigt habe, die ja nicht sich nur in der Woche niederschlagen, sondern, wie gesagt, das Expulsum. Ich hoffe, dass es mich bis zum Pre-Patch von Shadowlands trägt, haben wir trotzdem Plus gemacht, ne? Und zwar alleine jetzt zur letzten Woche etwa 900.000 und insgesamt, wenn wir die, das Transmog außen vorlassen, was ja mit unserem Gold nichts zu tun hat, dann sind wir, äh, 1,895 Millionen im Plus, ne? Also, knappe 2 Millionen, ja, oder besser gesagt 1,9 Millionen, wenn wir uns ein bisschen schick aufrunden. Ist okay, ist jetzt nichts Berauschendes, wie gesagt, wir hatten schon Wochen, wo wir, äh, 500.000, 600.000, also, oder in zwei Wochen Zeitraum, mache ich ja mittlerweile, äh, mitgenommen haben. Aber ist okay, dafür, dass ich im Moment nur nebenbei Goldfarme nicht mehr das so aktiv mache, weil, wie gesagt, das meiste Zeug, was ich kaufen will, habe ich. Ein paar teure Transmog-Sachen sind noch auf dem Zettel, ähm, aber das meiste teure haben wir. Gut, dann speichern wir das ab. Hier muss ich nachher das mit den Wochen noch, äh, ein bisschen fixen, dass man, dass die Tabelle ein bisschen schöner aussieht. Ähm, prinzipiell sind wir durch. Bin einigermaßen zufrieden für die letzten, für die letzten zwei Wochen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne wieder beim nächsten Gold-Tagebuch-Video. Eutela, bis dann, äh, ciao!